Wir haben eine Stunde frei, bis wir die gesäubert haben und die nehmen nur so und dann stellen wir uns hier vorne Rücken an Rücken, in dem wir alles schon filmen und dann will ich dir einen von wegen. Du hast mein Vater Vater genannt? Ich zeig dir was Vater ist. Hör mal, fünf Stück voneinander, sechs oder zehn? Zehn. Ja gut, noch auf fünf. Auf fünf? Du gibst das Kommando, du musst auch filmen. Ja, angespannt, hast du ihn wohl? Okay. Ne, jetzt, was los? Los! Eins, zwei, eins, vier, fünf! Ich weiß nicht, ob wir beide ganz drauf waren. Waren wir beide nicht drauf, Daniel? Du füllst dazu. Du warst drauf. Er war gerade eben drauf. Schiegt's jetzt einfach auf mich, dass du noch filmen. Das kann ich ja nachher zusammenschneiden. Warte, wenn, dann muss ich so. Jetzt füll mich. Drehen und dann schieben. Ist der Haar nicht spannend? Ja. Ne, das ist nicht, oder? Ja. Ja. Das hat ein Spanner. Ich sehe so, ich nicht. Ne, aber den nimmt doch trotzdem noch auf. Oh. Okay, mach. Ich sehe so, ich sehe so, ich sehe so, ich sehe so. Oh.